Heute komme ich zum Kom-Bubble, zum neuen Video, ja, so, oder? Ähm, ja, ich mache heute, ja, Klamm, also neuen Klammember, ähm, das ist, ähm, ich nenne ihn Baba Boss, also Baba Boss. Okay. Ah, hallo! Nö. Okay, komm, lass es noch runtergehen. Also heute machen wir Abo-Zocken, aber da steht, mein Titel steht leider Klammember, aber wir machen heute auch Abo-Zocken, wenn ihr wollt. I have ever known, don't know. Tell me what you'll get about! What you'll get about! What you'll get about! Hallo? Okay. Nu, scoop! Ups! Vernet ich ha? Okay, nu, scoop! heavy 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 what's up dada I I Kannst du dich ein bisschen lauter stellen, Barbas? Hallo? Kannst du dich ein bisschen lauter stellen? Okay. De Stepper. Wow. Good. Danke für den letzten Show. Ich hab für dich einen Schroß, wenn du willst. Zwei Gegner mehr. Ja, wow. Ey, komm doch bitte schnell. Ey, kenne die beiden, die sind so lost, ne? Die sind so lost als lost. Jetzt wird die Hölle... Ah, die haben Schild, ne? Aufpassen. Huch! Kannst du bitte... Ja, kannst du bitte mich replayen oder so? Geht das oder so? Kannst du mir den Schroß mitbringen? Kannst du mir den Schroß mitbringen? Kannst du mir den Pappen mitnehmen? Danke. Soll ich mich ausbewerben? Ähm, wer war denn hier in meinem Slaystream? Oh, shit. Oh, shit. Scheiße, Elite-Agentin. Fäck dich ins Knie. Noch so reif. Ja. Question. Ja Ich weiß Lust Wer ist drinnen? Zeig mal Alles Gänst die du hast Mach ich gleich Ich zeig gleich meinen Spend Eine Runde Kurz Soviel willst du gleich Also willst du mitspielen oder nicht? Soviel Soviel Willst du mitspielen? Wenn ja schreib mir in Kommis Babas Bababoss Was What the fuck is going on With you? Soviel Toll ich nu? Nein Ich bin schon ein Bastard ne? Ja Leck mich doch am Arsch Ray Ey Beep I'm down Fucking Mistgeburt Piep Ron Deine IQ ist 10 Ich hab Essen bestellt Und nachher Vorhin hab ich ne Nacht bekommen Da ist das Essen Und nachher in der Mensa ausfällt Ich weiß nicht Warte chill Warte chill Die wollen jetzt alle meinen Spinn sehen 3 2 Oh mein Gott Zu vieles kennst schon Chill Okay So Das ist mein Spinn hier so Das ist mein Spinn Das ist mein Spinn Oh Oh Penny Was guckst du so im Kopf Hallo Meinem Chef Mein Name ist John Sina Ich bin Basketballer Und hab eine goldene Tresse Jetzt fühl ich mich Ich bin eine Fotze Und mach gerne Sex Ich kann gerne Lütschen Sieht man meine Lippen Spaß nicht Ich rette Leute die behindert sind Ich bin der Schüler Ne ich bin der Schüler Ah ne ich bin der Lehrer Guck sieht man weil ich streber bin Ich trink zu viel Wodka Ich werde nicht so saufen Ich werde nicht so saufen Meine Augen sind Ähm Ähm John Cena Aha Mein Chef italien italien beste ich hatte eine zahnspange ich halte den beste und mein gesicht wurde gefickt ich bin ein iron man total noob hallo ich war gestern krieg noch rote verteidigen ich lutsche gerne rote schwänze schwach sein in schwarz ach so das steht in schwarz schwarz also glühwein ergänzen box stop amadillo so jetzt dürft ihr euch entscheiden welches können sich nehmen entscheidet euch 3 2 1 Null. Null. Nimm... Nimm's... geht grün. Wannst du die da? Sagengrün. Also den... Rücken-Backpack. Sieht voll knacks aus. Die ganz schwarzen. Eben Sie was? Diese? Das hier? So. Ja, so. So kannst du was. Rabenskin. Den hier. Okay. Sensen lasst ich drin, oder? Ich kann euch aber mal Spiesacken zeigen hier. Die finde ich geil. Ich nehm' die. Ich nehm' die. 28. 20. Wer bist du? Ich bin Jason. Jason? Jason! Was geht da bei dir? Ey, guck mal diesen Not-Teile. Not-Uns. Noot-Unterstrich-X-T-Y-Y-I-L-E. 4 Das muss ich Nein Dann you're trying your best Bauerbrot Hello Ja Jetzt Das kann ich jetzt Spaß an Moin Ruckbe Allahu Akbar Allahu Akbar Du Mein Greil ist hier Mein Greil Okay komm gleich Ey, stell dir vor, mein Grail kommt jetzt in unsere Stadt rein Ja, Ghost Ich zock da nicht Fast Frame oder wie auch immer das heißt, Alter Als ob ich so eine Muschikacke spiele Face Frame oder so kein Schimmer Guck mal den Stream an Ey, den Stream hast du gerade so Du standest und bist geflogen Hallo Ich hab auch einen Pisse Ey, ist er lo Ist er lo Er ist lo Auf jeden Fall Fiope Du bist irgendwie doof oder so, kannst kein Wort Hier steht ein Facecam Achso Facecam Achso Ne, hab ich nicht Was war es denn? Diesen Skin Wirst du den bekommen? Achso, ja, der war ein Job Wer der? Ich liebe diesen Skin Weißt du was? Du nimmst den Dann nehme ich Den den Ich bin Das war's für heute. Es ist mega, mega, ich brauche keinem. Hallo? Kämen wir da. Ja, bin wieder da, ja diesmal mit mir auch. Ja? Dass du deinem Vater nicht irgendwas sagst, hast du nicht verstanden? Von was denn? Hallo? Äh, komm mit mir. Äh, komm mit mir. Er soll runterkommen. Hast du ihn? Nein. Was, ein Hacker bist du? Nein. Hast du ihn? Noch einer. Von wo aber? Darf ich ihn killen? Oh ja, okay, kill doch noch mehr, alter. Ja. Hast du Pistomony bitte? Hast du? Oh. 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 Nein, ich werde es nicht verletzen! Ich werde es nicht verletzen Oh mein Gott, was ist denn mit der Wa... Spitzackel, helf mir! Hast du noch Minis? Hä, wo sind meine Minis hin? Ah, du hast beide gegendet, ne? Ey, darf ich noch die Scar? Gegen Blower, ja! Ey, ich will den Hopps nehmen, bitte! Ich will den No-Scope und komm! No-Scope, komm, ich fick dich du Bastard, wo bist du? Ey, du hast mich Hopps genommen! Komm her! Ey, ja, geh doch nochmal weg! Hier, wo ist die Scar? Wo ist die Scar? Hier, in Almonie! Komm her, keine Metz mehr, fast! Wollen wir raus? Er spitzackt mich! Nee, er hat sich nicht gespitzackt! Hey, komm zu mir, komm zu mir! In die Ecke, schnell! Schnell! Fickst du ihn! Er hat ein HP! Nachbar jetzt! Warte kurz, zwei Minuten, warte! Warte! Das ist ja, du haste! Ich bin froh, meine Zeit, nicht zu mir! Ich bin froh, meine Zeit, nicht zu mir! Ich bin froh! Ich bin froh, meine Zeit! Untertitelung des ZDF, 2020 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 und, äh, ohne Grappler, okay. Mein Gefällt. Ich besuche einen Wachstatt, ne? Irgendwanns Rieses war kuckig, ne? Ich bin ein Fähnl, ich bin ein Fähnl. Kann ich ein Fähnl hier? Hallo mein Bett! Hallo, hör doch auf, was machst du? Dumm Kopf Ah, guck mal, wei wei Ich hab ne Jacke, wer lull? Schimm mal kurz, schimm mal kurz, schimm mal kurz Schimm mal kurz, ich muss mal das ausprobieren Weil ich hab 500 Metz und ich weiß nicht, ob man jetzt Schimm mal kurz, schimm mal kurz, ich komm gleich Ja, ähm, ich muss noch mal irgendwie was machen Ich weiß nicht wie, aber Da Ne Da Ich hab ohne Grappler, man macht Grappler Nein, ich hasse es Ich wollte es versuchen Hä? Ich hab... ... ... ... ... ... ... ... ... Wer ist beigetreten? Ich hab Beustadt ... ... du hast mich haupt genommen du hast draußen auch noch einen platziert ich will dich losdrucken nein ich will dich losdrucken ich will dich losdrucken ich will dich losdrucken du bist auch noch drinnen ich will dich losdrucken ich hasse dich ich will dich losdrucken ich will dich losdrucken ich will dich losdrucken ich will dich losdrucken Was ist das? Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht! Ficken, 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 ficken. Hey, du Krapisch! Cool, einfach alle gegen alle. Lass mich kurz nicht mankeln, lass mich kurz. Lass mich doch kurz! Oh mein Gott, ey. Das ist nicht! Ficken, Alter. Er hat den Empfang getappt! Ha! Niemals habe ich dir gerade einen Held gegeben. Das ist gut! Das ist gut! Nein! Ja, ja, ja. Schnügelen. Oha. Hier ist so ein Schwitzer drinnen Er hat 3 Milliarden zu FaceRate Er hat einen Hüt Los, läser ihn Fick ihn Fick ihn Fick ihn Fick ihn Er hat einen Hüt HeORun F king Er hat einen Klinge Er hat einen Klinge Er hat eine Pohche Er hat einen Klinge Hast du nicht gemacht, oder? Ja, allez, seid doch noch mehr. Ah, hilf mir mal, hilf mir mal. Ja, komm. Entschuldigung. Entschuldigung. Hast du ihn? Ach, was ist das? Schau mal kurz, lass mal kurz. Lass mal ihn lesen. Lass mal ihn lesen. Easy Club. Komm, lass die andere auch wusste. Da. Hab ihn. Komm, lass den anderen auch. Komm, warte. Du bist der andere, ne? Du bist der andere, ne? Also, shops genommen. Hey, wo bin ich denn seit, Mann? Mann! Der ist so schlecht da oben, ne? 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 Oh, das bist du! Nein, ich würde spielen. Nein. Oh, you bully me. You bully me, you mother. You bully me. So nothing. Okay. 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 Wer ist Zero? Nur das ist doch ne Frage. Aber nein. Wo ist der? Die Frisse. Wo ist der? Ey, Lukas Kader, ich mitzocken. Huch. Hallo. Das ist... Pijos. Hm? Pijos. Er macht los als Hans. Was? Massimo. Boah, was für ein Massimo, Alter. Wer heißt du? Ich heiße Neviu. Neviu, mein. Genau. Genau so und nicht anders. Was? Dä. Opsschönung. Buster denkt er auch ein bisschen als ich, ne? Warte mal kurz, ey, ich muss kurz jemanden adden. Wie heißt sie oder er? Kann ich schon mal. Ich muss kurz jemanden... ... ... ... ... ... Das war's. Ich hab's geaddled, aber bei mir steht's nicht gefunden, also ich kann da nichts anderes machen. Oh shit, komm nett, Bruder. Was anderes zu tun oder so? Ey, komm, lass es verlassen. Ich hab verlassen. Hi, Film. Boah, Zero sollen wir jetzt antworten? Zero, wenn du noch einen Stream bist, hallo? Meine Fresse, ey. So, bin jetzt draus. F, X, äh, N, E, X, wer willst du? So, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wenn er jetzt mit diesen ankommt, dann mach ich halt diesen den kapitel was ist denn, der rufenkeile? der rief oder was? nee, rufenkeile ist doch das wahre ok Ah, jetzt können wir gucken können. Leute? Ja. Okay. Könnt ihr bereit machen, oder? Ja. Kugenteile. Oh, oh, oh. Barbos? Nö. Ich mach kurz einen anderen Skin rein. Mhh. Oh mein Gott. I can't dance. Oh. Du riechst mich, ne? Kennen wir uns? Hallo? Ja. Natürlich. Woher? Chat. Wie bitte? Ich hab ein Chat. Ach so, von Rene? Das war schon wieder komplett, Alter. Von Rene, oder? Rene. Was denn Z? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Okay. Die wollen das machen zurück. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ach so, ja. Du musst ja in den Klang kommen. Ja. Ja. ja können wir machen später dass man eine runde spielen wer will denn alles klar bewirben ach so er beginn ja doch hoch ist lange schon mit aus Sympathisch, man kann sich unterhalten. Sympathisch, man kann sich unterhalten. HÖR, PAMI! What's up, fucker? Wie seid ihr eigentlich auf mich gekommen? Einfach so! Und ihr wird in meinen Clam kommen? Ja. Wie alt seid ihr? 15. Oh shit, das sind dann die Besten aus unserer Clam. Es ist ein Safe gut. Dein hat Black Net. Ja, wow. Ich hab den Account auch. Es geht los. Wie alt seid ihr? Wie alt seid ihr? Warte mal. Wie? Ja, wie der Tipplipsen, Alter. Das war so ein richtig realer Season 1 Spieler, Alter. Der war richtig verdammt. Bist du denn überhaupt gestorben? Ja, klar. Achso, ich komme. Oh, wir sind noch welche. Lui. Lui. Bauchchen? Der Arme. Ey. Warm nach oben. Oh mein Gott. Der ist blau. Ich geb ihm so viele Hits und ich... Ja, egal. Ich geb ihm so viele Hits. Ich geb ihm 3er Hits und ein 100er Pump kann ich. Okay. Okay. Okay, du hast auch die beste Pump das ganze Jahr raus, ne? Äh, will man zwei Minis und ein Bigi? Nee. Hier liegt ein Bigi. Und zwei Minis liegen, äh, ne. Ne, hier liegen vier Minis dann. Ja, nehm ich. Ey, liegen lassen. Gib mir Schild, äh. Hallo, ich brauch Schild. Okay, dann nicht. Gib mir die MP. Die. Dafür nimmst du dir einfach die blaue MP. Ja. Meinst du nicht, oder? Hier, mach ich. Was? Was? Ey, du sagst Handringer. Stell mir mal dein Headset drauf. Ja, was denn? Ja, mein Headset ist kaputt. Tut mir leid. Ich hab mich so... Ich hab mich so... 10 Millionen Euro, äh... nicht so... Perfekt und wie... ...we... ...we... Ich glaub nicht. Meinst hat 20 Euro gekostet. Hehe. Ich hab mein... Ich hab mein... Ich hab meinst zum... ...zum Handy bekommen. Meinst ist absolut scheiße. Und ne, jetzt trinkst du immer noch. Ja. Ich hab meinst einfach mal im Internet gestellt. Für 20 Euro. Jetzt hab ich gerade irgendwie Angst, dass, ähm... ...dass die beide hacken könnt und meiner Contact. Warum? Ja. Weil... Weil ihr einen Account schon gescannt habt, jetzt. Bei sowas krieg ich immer Angst. Ach, Junge, das war nicht scherzhaft, eh. Bei uns war... Wir hatten mal mit jemanden gespielt, also wir wollten uns für einen Plan bewerten. Aber der Plananführer davon hat die Stimple in Season 1 Account gehabt. Ah, da habt ihr wieder gescannt? Weil der hat absolut scheiße gespielt wie Season 3 oder wie Season 9, also der konnte echt überhaupt nicht. Und dann hab ich dem gefragt wann Season 1 rauskam, da hat er ja seit letztes Jahr. Aha. Einen versteht man immer noch nicht. Egal, nicht schlimm. Du willst, der geht an diesem Level. Oh ne, ich will den mir helfen. Ja, das ist ein Gegner. Cool. Ja, auf dem da. Ich will, darf ich auch mal welche killt oder? Wie wär das? Oh shit. War kaputt? War kaputt. War kaputt. Oh mein Gott, die längst haben. Oh mein Gott. Die ficken uns. Eine ganze Team. Ich muss hier raus. Ich will zum dein Leben. Oh. Nö. Nice. Okay, komm wir machen jetzt ein One versus One. Ne, ich bin auch nicht mal hingespielt. Hm, na und? Ich bin auch nicht hingespielt. Ich bin auch nicht hingespielt. Ich bin auch nicht hingespielt. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin zu weit. Ach, nur warte mal. Hä? Okay. Ähm. Wer will zuerst gegen mich eins gegen eins? Ich muss andere skinnen. Andere skinnen. Hier. Ich mach auf Arian. Ich mach Arian. Scheiße. Me jederen. Wie es? Ja. Ja. Gay. und und auch um ein um und geht zuerst kommt fx n x j y blablabla ja okay komm okay wir machen zuerst wir machen zuerst so was zum anderen halloween zum was oh shit oh mein gott 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 ja oh mein gott ja mach ich oh mein gott 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 aber wenn dann spielen wir alle dieselben machen und sonst ist das ja schwul ja das ist meine waffen ne ich müsste aber spielen ok komm zuerst du ne der grad hoch gebaut hat komm zu mir nein ich will nicht einspielen hab ich gesagt ja dann bau dich ein nein dann diese andere wo bist du der andere ach wer mit heilung oder ohne mit fallen heilung meine ich ach so oh ja das steht noch mit sniper und mit dem team kommt ja wahrscheinlich aufs lind noch den auszuverlust 1 1 2 und los what das ist ja übelst gut ja 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 du erkennst das wenn du überhaupt nicht eingespielt bist und dann editieren musst dann ist das ekligste aflo egal komm los weiter machen wo bist du Ey, lass die Klammbewerbung morgen machen, weil ich muss auf. Ciao, ne? Ciao.